hallo youtube und herzlich willkommen hier auf dem kanal von fifa united zu einem neuen video und ja heute zu einem neuen video hier auf dem kanal leute und heute haben wir die nächste fifa 20 prediction am start vielleicht schon die letzte wir müssen erstmal gucken weil letztes jahr ging es genau am 6 september los mit den offiziellen rating countdown von ea und dementsprechend müssen wir gucken ob es dieses jahr auch so sein wird dann müsste das hier heute am 6 september auch kommen und dann dementsprechend vielleicht auch die letzte prediction sein zu fifa 20 weil wir dann demnächst auch mit offiziellen ratings rechnen können hoffen wir es auf jeden fall wobei man ja jetzt erfahren hat damit sie oder dass sie die foot database an der internetseite unternehmen und ich weiß nicht inwiefern dass sie rating bekannt gaben am anfang von fifa dann beeinflusst von foot hat und so muss man gucken wie dem auch sei ich würde sagen wir starten rein mit der union prediction zunächst einmal im tor der gute raffa ging kiewic bekommt ein upgrade von mir und zwar auf gold heute haben wir auch mal ein paar gold spieler am start zunächst einmal ein plus drei upgrade für raffa ging kiewic hat eine starke saison gehabt ist ein guter keeper für union in sicherer rückkehr steht jetzt immer noch in der ersten liga drin und ich denke ein kleines upgrade und plus drei auf gold könnte man hier ganz gut und gerne sehen würde ich auf jeden fall begrüßen was heißt begrüßen mir ist es persönlich egal aber ich denke er hat es sich verdient er ist ein guter keeper hat gute leistungen jetzt über zwei drei jahre gezeigt über zwei jahre und dementsprechend hat er sich das gold rating dann in meinen augen jetzt nach der saison auch verdient ich würde sagen kann man auf jeden fall so hinnehmen weiß gerade nicht wie groß der ist genau muss man halt gucken so je nachdem wie groß er halt ist wäre noch mal interessanter keeper für futter ist sogar 190 muss man dann gucken wie der keeper performt daneben der gute busk bleibt auf dem gleichen rating wie die meisten zweiten keeper keine große rolle gespielt dementsprechend bleibt er dort auf dem gleichen rating stagnierend und moritz nikolas kommt von borussia mönchengladbach als da schon glaube ich dritter keeper oder so auch da keine große rolle gespielt wird er jetzt hier denke ich mal erst mal auch nicht tun dementsprechend bleibt auch auf dem gleichen rating mit der 62 sitzen kommen wir dann zur abwehr und da haben wir zunächst einmal den guten ken reichel am start ist ja glaube ich auch schon ein bisschen älterer und dementsprechend würde ich sagen passt das rating dann schon ganz gut ea ist dafür bekannt im alter er zu downgraden er hat eine gute saison gespielt hätte er sich vielleicht ein mini upgrade verdient mini upgrade und eher downgrade für alter bleibt also beim gleichen rating in meinen augen ich denke das ist in ordnung 73 rating an der stelle ist ist okay wäre selbst wenn er gold wäre nicht die interessanteste karte auch wenn er so gute allrounder stats hat eigentlich aber er ist halt nicht so schnell und dementsprechend auch nicht so interessant für futt das gleiche gilt leider für neven subotic der auch ein kleines downgrade genießt oder bekommen wird ist halt dasselbe er wird halt auch nicht jünger und dementsprechend bekommt ein kleines downgrade ich glaube auch ein ordentliches pace downgrade eben weil er älter wird ist aber immer noch für union in real life mit ein erfahrener und wichtiger abwehrspieler denke ich mal und ein guter kauf den sie da getätigt haben dann florian hübner bekommt ein kleines upgrade um plus zwei ich glaube das ist auch okay ja kann man denke ich mal so mitnehmen hat eine gute saison gespielt ist jetzt auch noch nicht zu alt und dementsprechend passt da denke ich mal auch das kleine upgrade dann der gute trimmel bekommt das gleiche rating wie im letzten jahr werte sind auch nahezu gleich geblieben ja wenn er gold wäre wäre vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht weil er nicht mal so langsam ist und gute physis hat und alle anderen werte auch solide hat also wenn er alles so ein bisschen geupgradet bekommen würde noch mal für das gold rating wäre nicht schlecht aber als silberspieler halt leider nicht so interessant auf der nächsten verteidiger seite haben wir denn zunächst mal den guten marvin heißt er glaube ich mit vornamen friedrich bekommt auch ein kleines upgrade hat auch eine gute saison gespielt und bekommt ein upgrade um plus vier aufs mit 72 sieht eigentlich nach einem soliden in verteidiger aus auch hier wieder wenn er gold wäre wäre gar nicht mal so uninteressant aber ist er halt nicht dementsprechend silberspieler leider in fifa immer relativ ja nicht so interessant wie gesagt dann rab kommt von auge und wird denke ich mal auf dem 68er rating also kam letztes jahr glaube ich von auge oder waren auge ausgeliehen keine ahnung auf jeden fall rab kleines upgrade um plus eins auf eine a69 ist denke ich mal in ordnung kriegt sogar ein ordentliches pace upgrade um plus 11 aber ansonsten die werte ja sind halt leider nicht so interessant dann lenz christoph erster glaube ich mit vornamen mit einer 66 im letzten jahr dieses jahr dann eine 68 denke ich mal so in dem dreh also ein kleines upgrade wird er auch auf jeden fall bekommen daneben der gute jetzt muss ich mit den namen durcheinander darf ich nicht mit den namen durcheinander kommen ich glaube das müsste kevin schlotterbeck sein oder kevin wird halt mit e hinten noch geschrien deswegen dachte ich kevin keine ahnung auf jeden fall schlotterbeck von freiburg der schon erfahrenere und ja dementsprechend wird er auch ein kleines upgrade bekommen von bronze auf gold ach gold wahrscheinlich silber mit 67 ja hat er glaube ich am zweiten spieltag sogar direkt mal eine rote bekommen eine bittere aber was willst du tun ist denke ich mal ein guter nachwuchsspieler den sie vielleicht ganz gut ausbilden können der gute erfahrung sammeln kann etc ja kein schlechter transfer in meinen augen dann kommen wir zur letzten abwehrseite dann haben wir noch mal den guten paaren sind bekommt hier die 67 bleibt dementsprechend auf dem gleichen rating ein kleiner position change zum innenverteidiger aber mehr auch nicht dennoch maloney maluni keine ahnung auch ein position change an der stelle vom sechser also zentralen defensiven mittelfeldspieler zum innenverteidiger bleibt aber auf dem gleichen rating stehen wie eben paaren sind dann im mittelfeld haben wir zunächst einmal den guten christian gentner der bekommt ein ordentliches downgrade um minus zwei oder drei ich bin mir gerade nicht sicher was genau sein starter rating war im letzten jahr ich glaube es war 78 es war 78 genau also ein downgrade um minus 2 wird halt älter und ja ist jetzt auch mit stuttgart letztes jahr abgestiegen und hat sowieso nicht allzu interessante werte durch das pace macht es leider alles kaputt die restlichen werte sehen sogar gar nicht mal so schlecht aus wenn man ehrlich ist aber das tempo versaut einem halt alles dann felix groß bleibt denke ich mal auf dem gleichen rating stehen wie im letzten jahr ist denke ich mal in ordnung vielleicht könnte man hier auch über ein kleines upgrade nochmal nachdenken könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben ich habe jetzt erstmal dabei belassen dann manuel schmiedebach wird ebenfalls auf dem gleichen rating stagnieren bleiben lauten mir auf jeden fall also ich würde sagen das ist in ordnung schreibt mir hier auch wieder gerne eure meinung in die kommentare ich habe es jetzt erstmal so dabei belassen dann vornamen ist jetzt schwer abdullahi auf jeden fall bekommt das gleiche rating wie im letzten jahr außerdem ein position change auf den rechten flügel ist natürlich schnell unterwegs ein kleines pace upgrade und plus eins dribbling geht noch mal hoch physis geht um vier hoch schuss um zwei und pass um fünf also es ist eher ein upgrade als ein downgrade aber das rating bleibt halt gleich kann man natürlich auch zu überstreiten vielleicht auch die 72 hoch zu gehen ich habe jetzt erstmal aber bei 71 belassen dann neu zugang becker kam von aus holland auf jeden fall fein habe ich gerade leider vergessen ich glaube adro den haag ja bekommt auch ein kleines upgrade an der stelle und mit klein meine ich relativ groß glaube ich ich glaube ein plus vier im endeffekt ist es im vergleich zu letzten jahr geraldo becker genau ein plus vier ist es ist natürlich ordentlich schnell unterwegs hat eigentlich solide werte wenn der ein gold in form bekommen würde wäre das auf jeden fall keine schlechte karte aber so ist es halt selber und nicht so interessant akaki gokia oder gokia bleibt denke ich mal auch auf dem gleichen rating stehen ist halt auch schon ein bisschen älter und hat es zwar eine gute saison aber dementsprechend bleibt er trotzdem auf dem gleichen rating ich habe es ja vorhin schon mal erklärt bei wem waren das bei reichel und so zwar eine gute saison wo waren wir stehen geblieben ich denke er bleibt wie gesagt auf dem gleichen rating und sollte denke ich mal passen dann prömel bekommt ein upgrade und plus zwei auf die 71 hat richtig gute allrounder werte für sein rating allerdings wie gesagt wie immer silber und dementsprechend nicht sonderlich interessant dann mees bekommt ebenfalls ein upgrade in diesem fall auch wieder um plus zwei auf die 70 ähm ja silber ne sollte klar sein für silber teams bestimmt alles interessant aber ist halt immer schwer da zu sagen ah das ist eine gute karte und so wenn es halt einfach nicht der fall ist leider gottes es sind ein paar upgrade wie gesagt dabei bei den aufsteigern aber es wird halt leider wenig gold upgrades geben habe ich auch schon angekündigt gehabt ähm ist halt leider so auf der nächsten seite haben wir andrich oder andrich am start und der wird denke ich mal ein 70er rating bekommen an der stelle ist okay hat auch hier wieder allrounder werte für eine silber karte die ganz gut aussehen aber ja was willst du mit dem groß anfangen dann florian flecker kommt glaube ich aus österreich vereine ich jetzt gerade nicht auf dem schirm aber kommt auf jeden fall von österreich oder aus österreich ähm zu union und bekommt auch ein kleines upgrade von bronze auf silber und plus vier um genau zu sein bekommt er das upgrade ist denke ich mal in ordnung ähm daneben haben wir den der gegen dortmund zwei tore gemacht hat bülter heißt er und bekommt ein upgrade auf 67 die leihgabe beziehungsweise ich glaube er bleibt sogar auf ne ich glaube ich ein upgrade ich glaube er war vorher bronze ähm der gute herr von ursprünglich magdeburg genau von 58 um plus 9 hoch auf 67 ist denke ich mal in ordnung ähm hat gegen dortmund zwei gute tore gemacht die er gut trifft ähm ja kann man denke ich mal so stehen lassen rajason ist ein kleines upgrade um plus eins ich denke da muss man auch nicht allzu viele worte zu verlieren und dann haben wir noch den guten julius kade der von herters nachwuchs abteilung kommt bleibt auf dem gleichen rating hat letztes jahr nicht allzu viele spiele gemacht dementsprechend kann man da nichts großartig upgraden kommen wir zur letzten seite und zu den stürmer nahmen wir noch mal den guten anderson am start der mit einem upgrade um plus zwei der höchst bewertete stürmer wahrscheinlich sein wird bei union ähm 73 ist in ordnung denke ich mal verliert ein bisschen an tempo dafür bekommt er ordentlich schuss und dribbling dazu und ansonsten noch den guten anthony uja am start der von mainz kommt letztes jahr ein paar tore gemacht hat allerdings ein downgrade kriegen wird einfach weil er älter wird ähm sollte denke ich mal klar sein dann sebastian folter auch noch mal mit dem mit dem gleichen rating ist denke ich mal auch in ordnung an der stelle und dann noch der gute ingwatzen bekommt ebenfalls das gleiche rating wollte ich gerade sagen ist aber nicht der fall denn ich sehe den hier gerade leider nicht auf der seite ich glaube das ist aber das gleiche rating ja leute schreibt mir gerne eure meinung zu den spielern und zu den ratings in die kommentare war wie gesagt sehr viel silber dabei und sehr sehr wenig interessant für ultimate team leider gottes ähm ja aber union trotzdem eine starke letzte saison gespielt jetzt gegen dort und auch ein gutes spiel gemacht ähm ja interessante mannschaft die man natürlich auch den klassenerhalt nur wünschen kann aber letzten endes werden sie wahrscheinlich mehr mit dem abschiegskampf zu tun haben leider gottes dementsprechend leute würde ich sagen wobei abschiegskampf und klassenerhalt ja ne ineinander übergehen also ne im abschiegskampf gewinnst du manchmal oder schaffst du manchmal den klassenerhalt ist ja auch egal ich würde sagen das war's jetzt von diesem video ich hoffe es hat euch gefallen dann lasst in den kommentar da ich würde sagen das war wahrscheinlich die letzte prediction ähm lasst bitte wie gesagt nochmal ein like dafür da und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder bis dann haut rein und ciao